Herzlich willkommen im exklusiven Livestream. Freuen Sie sich jetzt auf brandneue, noch unveröffentlichte Hits und spannende Geschichten mit Beatrice Igli und Matthias Medner. Und einen wunderschönen guten Abend sage ich an dieser Stelle und begrüße eine Frau. Kerstin Ott würde wahrscheinlich sagen, das ist die, die immer lacht. Siehst du, es geht schon los. Beatrice Igli, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Hier bei SWR 4. Schön, dass du da bist. Schön, dass du für uns Zeit hast. Wir reden heute Abend über einen Gegenstand. Wenn man den hat, glaube ich, hat man alles, was man braucht, oder? Ja, anscheinend. So nennt sich mein Album. Alles, was du brauchst, das neue Album von Beatrice Igli, das hören wir uns heute Abend in voller Länge an. Und das tun wir mit ganz, ganz vielen Gewinnern. 20 Gewinner sind da. Es zappelt auf unserem Bildschirm. Denn es haben ganz, ganz viele mitgemacht bei unserem Gewinnspiel und sind mit dabei. Und wir rufen einfach mal ins Hörer-Homeoffice. Einen schönen guten Abend. Hallo. Hallo zusammen. Beatrice, was braucht man, um glücklich zu sein? Was braucht man zum Glücklichsein? Ich glaube, das Glück fängt bei einem selber an und deswegen auch dieser Song. Und dann natürlich braucht man, also ich, ich brauche Familie, Freunde. Ich brauche die Natur und ich brauche Musik. Und das am liebsten mit euch natürlich, dass ich das teilen kann mit euch ein gemeinsam. Und das ist tatsächlich so. Die Elemente für mein Glück. Wir reden über das neue Album, über den nächsten Titel. Kein Wenn und kein Aber heißt der. Könnte man sagen, Untertitel Liebe macht blind? Würde das passen? Ich glaube, blind nicht. Ich glaube, dass Liebe manchmal nicht einfach ist. Der Weg für gewisse Lieben braucht es einen steiniger Weg. Und das Schöne ist, egal wie der Weg ist und wenn der Weg zueinander vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist, wenn man sagen kann, es gibt kein Wenn und kein Aber. Da ist eine Liedzeile drin, da bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Mein Herz fährt an die Wand. Dann macht es Rums und dann ist die Liebe hin. Ja, das stimmt. Darum geht es in diesem Song? Ja, es geht eigentlich eher, dass halt viele, viele mit dir, also dein Umfeld wird immer das Beste für dich. Aber manchmal wissen sie nicht, was ist das Beste. Und das Herz sollte es entscheiden und manchmal möchtest du dein Herz auch ausschalten, weil dein Verstand sagt, das geht nicht. Und darum geht es in dieser Geschichte auch. Samstag Nacht heißt der nächste Titel. Das Wochenende steht vor der Tür. Wie sieht für dich eine wunderbare Samstag Nacht aus? Also Samstag Nacht ist für mich ganz klar der Song, der eigentlich die monatelange Wartezeit, die ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, wenn ich euch endlich wiedersehe. Und so habe ich es mir vorgestellt. Und dieses Lied hat mir so viel Energie gegeben, weil ich immer dachte, irgendwann kommt der Moment. Irgendwann heißt es, olé, wir gehen wieder raus. Und wir sehen uns endlich wieder. Und es wird einfach phänomenal. Uns gehört dann die Welt nämlich zusammen. Und das ist für mich so ein Lied, das mir unglaublich viel Kraft geschenkt hat in der Zeit, weil ich einfach die Energie daraus gezogen habe, zu wissen, irgendwann sehen wir uns wieder. Und dann fühlt sich das so an. Das heißt, das ist praktisch so der Nach-Corona-Song für dich. Kann man das sagen? Ja, auf jeden Fall. Das ist er. Also das definitiv. Und mir hat er während der ganzen Zeit eigentlich die Zeit definitiv erleichtert. Ich liebe Social Media, weil Social Media war vor allem in der Pandemiezeit der einzige Weg, um Feedback zu kriegen, um sich auszutauschen. Aber es gibt einfach auch die Möglichkeit, anonym so viele Kommentare loszuwerden über Körperlichkeit, wie jemand aussieht und wie jemand auszusehen hat. Das kann wahnsinnig verletzend sein, so Kommentare und Aussagen über einen Körper. Und ich wollte einfach mal den Menschen bewusst machen, indem ich singe, du bist dumm wie ein Brot, Frau Hess, nicht solltest du heißen. Alle zucken zusammen. Dabei ist es leider die Realität im Netz. Und für alle, die vielleicht Kommentare auch absetzen, vielleicht kurz mal überlegen, was bedeutet das eigentlich? Was löst das aus? Und ich finde es sehr, sehr wichtig, ich liebe es, dass ich eine Stimme habe, die natürlich berührt, die viel Liebe schenkt und Hoffnung. Und gleichzeitig habe ich auch eine Stimme als Person des öffentlichen Lebens. Und deswegen hoffe ich, dass ich ganz, ganz vielen Menschen, vielen Jungs, vielen Mädels Mut machen kann und sage, hey, ganz egal, was alle sagen, du bist wunderschön, wie du bist und du bist einmalig, wie du bist. Ich frage einfach nur, der nächste Titel, hat der was mit diesem Beziehungsstatus zu tun? Dann tanze ich halt allein, heißt der. Nee, tatsächlich, muss ich auch sagen, es gibt so Abende, da rufst du alle Freundinnen an, keiner hat Zeit und dann denkst du, ach, ich habe so Lust, tanzen zu gehen. Dann geh einfach tanzen, dann tanz auch allein. Das tue ich. Und klar, die Geschichte vom Song, die geht um einen Typen, der nicht kommt. Aber es geht eigentlich, die Grundmessage auch, war ja auch, einfach zu Hause halt mal alleine tanzen. Also es ist halt die Zweiggeschichte, die so mitläuft, die wir alle erlebt haben zurzeit. Und ich finde, Tanzen tut wahnsinnig gut. Wenn es dir mal nicht so gut geht, Musik ab, dann tanze ich halt allein. Und ich sage euch, nach drei Minuten geht es euch definitiv besser. Das heißt, du bist eine Tanzmaus. Wenn du irgendwo bist im Club, der erste Titel läuft, Beatrice steht auf der Tanzfläche, der letzte irgendwann nachts um drei, Beatrice steht immer noch da. Ich bin die Erste auf der Tanzfläche und ich bin die Letzte auf der Tanzfläche. Und mir ist es völlig egal, ob Leute dastehen oder nicht. Ich habe letztens, glaube ich, 20 Minuten alleine auf der Hochzeit getanzt, bis dann endlich alle vom Nachtisch kamen. Weil für Tanzen lege ich auch mal den Nachtisch weg. Aber man fühlt sich schon ein bisschen beobachtet, gerade wenn man dann alleine auf der Tanzfläche steht. Oder kannst du das dann alles ausschalten um dich rum? Ich kann das komplett ausschalten. Das ist gut. Ich bin dann so wie in meiner eigenen Welt und fühle einfach die Musik und gehe mit der Musik. Und ich wünsche mir, dass das jeder so ein bisschen spüren kann und auch das Selbstbewusstsein hat und sagt, ich tanze auch allein. Dann tanze ich allein. Dann tanze ich allein. Dann tanze ich allein. Hallo zusammen. Hallo zu Hause. Super gut, gefällt es uns. Danke vielmal. Ist der Tisch angeschraubt oder kann der weggeschoben werden, dass wir tanzen können zusammen? Ja. Das ist schwer. Dann ist es gut, dann kann man auf dem Tisch tanzen. Auch das geht. Der nächste Titel, das wäre doch gelacht. Ja. Kann man sagen, Beatrice Egli als Paartherapeutin? Also ich glaube, ja, so nicht Paartherapeutin, aber ja, ich glaube, die Lockdowns, da habe ich viele Beziehungen miterlebt, natürlich, von meinem Freundeskreis. Und ja, der Alltag, die Routine, die muss man echt wegpacken. Und ich finde eigentlich das viel, viel spannender in der Liebe, wenn man sich vielleicht nochmal neu entdeckt. Das klingt jetzt, der Song, den ihr gleich hören werdet, der klingt total leicht und locker. Mir ist schon bewusst, dass es nicht immer so leicht und locker ist. Und vielleicht findet über dieses Lied der eine oder der andere nochmal den Kontakt zu seinem langjährigen Partner, die sich nochmal neu entdecken können. Und ich habe mir das jetzt mal sehr einfach vorgestellt und hoffe, dass ich mit dieser Einfachheit vielleicht einigen oder anderen so ein bisschen, ja, ein bisschen neuen Wind in die Beziehung bringen kann. Wobei, ganz so einfach ist es gar nicht. Du hast ja schon auch Gedanken gemacht. Das sind Tipps in diesem Titel. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Das war nicht einfach. Ich habe gedacht, wie kriegt man dieses Thema, was ja wirklich, das kann man offen ansprechen. Und das wird, glaube ich, fast auch zu wenig angesprochen, finde ich. Dass einfach die Liebe, es ist etwas Wunderschönes, aber der Alltag, die Routine, das sich wiederentdecken, ist viel, viel schwieriger, als sich jeden Tag neu zu verlieben, glaube ich. Das stimmt. Und das finde ich eine viel, viel höhere Kunst und ich glaube, es ist viel, viel wertvoller, der Mensch, den du so sehr vertraust, den du schon so lange an deiner Seite hast, wenn du dem die Chance gibst, ihn wieder zu entdecken. Und aber auch natürlich, es fängt bei dir an, dass du sagst, okay, ich möchte auch meinen Partner nochmal neu entdecken. Ich möchte unsere Beziehung neu entdecken. Und da heißt es auch mal, vielleicht Dinge zu tun, die man vorher noch nicht gemacht hat oder wieder macht, die man vergessen hat zu machen. Und es fängt auch schon zu Hause im Schlafzimmer an. Da heißt es zum Beispiel in diesem Titel, Netflix raus aus dem Schlafzimmer, dafür die Neugier wieder rein. Das ist ein guter Tipp zum Umräumen zu Hause. Ja, ich finde, wenn man zu viel vor dem Fernsehen kann natürlich schön sein, mal gemeinsam einen Film zu schauen, aber ich glaube, im Schlafzimmer, da sollte man andere Dinge tun, als Netflix zu schauen. Ich bin jetzt gerade mal so offen, hier in der kleinen Runde. Es wäre doch gelacht, wenn wir nicht alle zum Tanzen kriegen. Auch bei Familie Liegmann wird inzwischen getanzt. Wir haben es genau beobachtet. Ihr tanzt Discofox, ihr seid da so schön. Ach, ich habe mich gerade so gefreut. Ich habe manchmal so viele Ideen, aber ich würde es nie schaffen, einen Song zusammenzukriegen oder meine Texte sind voll Chaos. Ich habe tausend Ideen, aber es braucht jemanden, der dann Struktur reinbringt, sagt, so machen wir es, so geht es. Es kann auch sein, du arbeitest irgendwie vier Stunden an drei Takten oder vier Takten und Beatrice schläft auf dem Sofa hinter dir. Aber dann hast du Ruhe, das ist doch gut, dann kannst du in Ruhe arbeiten. Das ist es, das ist es, das ist so super und sie wacht auf und sagt, nö. Granada, wie Achim Wolf, Produzent dieser ganzen Geschichte, die wir heute Abend hören hier. Warum Granada? Ihr habt das Album dort gemacht oder so halb? Ja, das Album entstand in Granada und im Grenzgebiet von Granada. Also Ost-Andalusien grenzt hier an Granada und dort waren wir eigentlich musikalisch zu Gange. Zwei Monate, ne? Ich habe schon wieder reingeredet. Ich glaube zwei Monate, aber das wäre ein tolles Ergänzungsrein. Ich wollte jetzt nichts sagen, aber du merkst es schon selber, das ist schon der erste Fortschritt. Ja, es war nur ein kurzes Reinreden. Auf jeden Fall hatten wir irgendwann das Gefühl, wir müssen noch eine musikalische Erinnerung mit auf dieses Album packen, weil wir waren dort so inspiriert und es war alles so toll. Und dann haben wir an diesem Lied Granada gearbeitet. Es war zu der Zeit auch mein Co-Producer da, der Achim Radloff. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen ein Lied, was gut klingt, was spanisch ist. Wenn du dort lang fährst, da waren viele Musiken immer in diesen Strandbars. Und die haben immer diesen schönen, diesen Rhythmus und gesagt, Mensch, das ist so toll und das brauchen wir irgendwie. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass das Wort Granada sich wunderschön singen lässt. Und mit diesen vielen Vokalen, mit diesen vielen A's kann man schön arbeiten. Das wird man merken im Refrain, es hat viel offene Klänge, schöne A-Laute und es ist einfach ein Lied zum Spaß haben. Das hat keinen Tiefgang. Da geht es einfach darum, dass es viele schöne Orte auf der Welt gibt, viele tolle Orte, viele hippe Orte, aber dass es eigentlich Granada ist, wo man mal hin muss. Denn ich gehe nach Granada, dahin, wo ich noch nie war, Prada und Viscada sind mir heute egal. Power heißt der nächste Titel, am Ende der Ausreden beginnt das Leben, heißt es da. Das ist dein Lebensmotto, könnte ich mir vorstellen, oder? Ja, tatsächlich. Und wenn eine dicke, fette, schlechte Laune laus über meine Leber will, dann kicke ich sie einfach mal weg. Wie funktioniert das? Sag es uns, das können wir alle brauchen. Also in erster Linie empfehle ich jedem, dass so mache ich es, merken, okay, ich habe heute so eine schlechte Laune laus hier und dann, wenn einem das bewusst ist, dass sie da ist, dann geht es am einfachsten, sie wegzukicken, weil dann weiß man, wo sie ist. Also es ist einfach ein Titel für mehr Lebensmut, mehr Lebensfreude. Ja, aber auch tatsächlich ein bewusst gewählter Titel, wo ich im Training war und das Training war jetzt nicht immer so, dass ich hochmotiviert war. Es war ein Song, den ich mir selber gesungen habe, wenn ich mich motivieren musste zum Trainieren und motivieren musste, ja, den Berg hoch zu gehen. Und speziell dieser Song ist tatsächlich für Frauen geschrieben, sei die, die alles schafft. Und in dem Fall ganz bewusst gewählt mal an die Frauen. Oben sein. Wo wir sind, muss oben sein. Das klingt so ein bisschen nach Wolke 7. Ja, ein bisschen. Tatsächlich ist die Geschichte zu diesem Lied ganz speziell. Ich kenne den Song schon seit vielen, vielen Jahren und höre den schon seit sehr langer Zeit von einer wundervollen Demosängerin, die mir den Song eingesungen hatte. Und diesmal war es wie Zeit für diesen Song, wo ich gesagt habe, so, jetzt bin ich bereit, der passt. Das ist die Zeit genau dafür. Und oben sein, ein Gefühl, das habe ich neu kennengelernt auf dem Matterhorn, wie sich das angefühlt hat. Und oben sein kann aber dieses Gefühl, was man hat, wenn man halt ganz oben steht, kann so vieles auslösen im Leben. Und deswegen für mich ist es einfach eine schöne Wortwahl für einen Moment, wenn sich einfach alles gut anfühlt. Wobei man dann auch aufpassen muss, es kann doch wieder runtergehen. Hatten wir vorhin schon die Geschichte mit der Landung. Ja, das mit der Landung, der Abstieg. Aber ich versuche ja selber, und ich sage, es gelingt mir nicht immer, ich versuche wirklich in meinem Leben immer mehr, den Moment zu genießen. Deswegen, das ist ja auch so ein bisschen, man merkt immer wieder in meinen Liedern, ab und zu kommt das so durch. Ich schaffe es nicht immer, Moment zu sein, weil solche Lieder entstehen ja auch nur, weil man eben nicht die Momente schon weiterdenkt. Aber eigentlich kann ich nur sagen, wenn man oben ist, einfach genießen. Egal wie lang, Hauptsache den Moment genießen, weil sonst hat man nicht mal den. Da, wo wir jetzt sind, muss uns sein. Oh, wow! Wow! Danke, dass ihr dabei wart, dass wir dieses Erlebnis miteinander erleben durften. Es ist ein sehr, sehr intimes Album, es sind so viele Geschichten und ich teile sie gerne mit euch. Denn es tut einfach gut, alles zu teilen. Das Schöne, die Tränen. Und ich werde diesen Abend nicht vergessen. Und es war so schön, euch zu sehen, wie ihr mitgegangen seid, wie ihr mitgehört habt. Und aufgestanden seid, getanzt habt. Disco Fox, es war schön. Familie Liegmann, ich habe mich gefreut, dass auch ihr euch bewegt habt. Und ein Dank an jeden euch. Danke dir auch. Danke dir auch. Auch schön. Ich danke dir auch für den wunderschönen Abend. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020